Auf meinem Weg zum Leuchtturm erhielt ich eine Nachricht vom Oberst. Eine Dame namens Jewel hat Kontakt zu uns aufgenommen und angeboten, den Weg zur Kommunikationszentrale zu zeigen, wenn wir die Banditen bekämpfen, die ihr zu Hause belagern. Offenbar können wir Konflikten mit Einheimischen nicht aus dem Weg gehen. Wir sind schon zu nah an unserem Ziel, um uns eine solche Gelegenheit entgehen zu lassen. Daher mache ich mich auf den Weg, um mir zu helfen. Wir gucken mal, was heute so abgeht. Müssen wir natürlich wieder im Moment warten, bis das Ding hier geladen hat. Ah, mein Gott. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht hier in unserem kleinen Abenteuer. Ich bin gespannt, wie es heute wrongen wird. Ja, das dauert wieder mit dem Laden heute. Ja, das dauert wieder mit dem Laden. So, dann geht's weiter. So, wir werden mal lieber erstes Fuß weitergehen. Ach, die Jungs ja innen schießen auf uns. Oder sich das gerade falsch hat. Was? Wer war denn der Witz? Die Kinder sind jetzt auf uns geschossen. Hätte ich nun mal eine neue Maske an Bord. So. Ich hab ja auch einige Leute Tipps in die Kommentare mal geschrieben. Und alles. Ähm. Plutant. Der Kommio. Eigentlich haben wir sich die Kurve schonzen. Ich will sich mal beide nur einarbeiten. Ich muss nachladen. Kommst du mal. Ich ziehe jetzt endlich mal. Jetzt ist er tot. So. So. Tod. So. Den hat's auf jeden Fall genutzt. Alter. Komm hier. Jetzt kommen die wieder. Ah. Hör. Ich hab jetzt noch ein dritter Verleuchtet. Leg mich doch rein. Aua. So, Munition mitnehmen. Vor allen Dingen mal. So, jetzt holen wir mal mit. Was ist hier denn? Da oben. Wie geht es mit dem? Jawohl, hab ihn. Gott sei Dank. So. Muss ich die Maske mal runternehmen? Ich glaube, ich könnte noch in der Nähe sitzen. Oder ist das die alte? Ja, es ist die alte. Schade. Okay, die war mal nett. Alter. So. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir irgendwas zum Plündern. Das wäre jetzt mal eine gute Idee, weil... Ich brauche Munition. Das kennt man ja so ein bisschen. Aber ich könnte... Ah, der hat aber auch... Der hat eine Munition. Das ist immer gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall Waffen... Haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen, weil es da... Aber ich brauche dringend Munition. Und die kann ich nur, wenn ich eine Werkbank finde, anbauen. Ich kann ich nur anfertigen, wenn ich eine Werkbank habe. Und ich habe momentan keine Werkbank zur Verfügung. So, kann ich jetzt hier irgendwie mal hoch oder so? Ist das denn möglich? Nee, ne? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ja. Wir sind nicht alleine. Niemals alleine. So. Ich wollte mich eigentlich nochmal hier umgucken. Äh. Okay. Wir haben hier keine... Oder? Doch. Das war heute. Das Feuer hier aus. Jetzt würde ich mich hier unnötig verbrennen. So. Ich hatte eine Kommentare bekommen und alles drüber dran. Gerade bei den gepatzerten Gegnern. Ähm. Ähm. Mehr auf Granaten zu vertrauen. Ei. Was war das? Ich war noch von mir ab. Ah ja, du Kau, der war von mir jetzt endlich ab. So. Boah, Alter. Ja. Also, wir haben es nicht noch... Oh Gott. Wir haben es nicht noch mit irgendwelchen... äh, menschlichen Feinden zu tun, sondern wir haben es auch zwischendurch mal mit Mutanten-ETC zu tun. Hau ab von mir. Verpässe ich. Das ist ein Mutanten da rum, ne? Ja. Ja. Aber der gang hat auf jeden Fall. Also, eher von uns gerade. Nicht von relevanter Bedeutung. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich mal irgendwie eine Möglichkeit finde, hier hochzukommen. Die müssen irgendwie zum Griffchen da mal hochzukommen. Könnte theoretisch die Möglichkeit sein, dass ich da durchzukommen. Sorry, wenn ich ab und ab und zwischendurch ein bisschen schweige, äh, liegt das einfach daran, wie gesagt, dass das Setting wirklich sehr interessant ist, hier nebenbei. Ich muss jetzt schon mal nicht reinzukommen. Jetzt geht's. Mir ist ein bisschen da irgendwie doch hoch. Ich brauche Munition, Alter. Ich brauche drinne Munition. Mit 10 Schuss mache ich hier immer gar nichts, momentan. Wie komme ich denn da hoch? Oder habe ich das jetzt gerade komplett übersehen? Das darf ich doch immer mit dem Schaltergipter da reingeführt. Was kommt dann mit dem Schaltergipter aus? Was ist das? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Wir sind hier am Leuchtturm, klar, aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Irgendwie einen Aufgang oder sonst irgendwas, wo man denn mal hochklickern kann? Also die Brücke da vorne, die ist... Das ist meiner Meinung nach der einzige Aufgang, der irgendwie zu finden wäre. Komisch. Da rüber oder was überliegt? Oha! Er hat Freunde! Eigentlich wollte ich nur den einweg snacken. Da sind aber einige! Ohohoho, ich muss hier weg! Ich muss hier mal weg! Einen habe ich mir ja geholt, aber die 5 oder 6 oder was auch immer ohne Komplett... So, und das hören wir dann in unserem nächsten Teil... Im nächsten Part, Entschuldigung... ... ...